Im Keim ersticken. Wissenschaftler der Universität Kiel haben ein Konzept zur Aufstandsbekämpfung in den Ländern des globalen Südens entwickelt. Die im Auftrag des Bundesverteidigungsministeriums verfasste Studie wurde unlängst bei einer Veranstaltung des Berliner Thinktanks Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP, präsentiert. Die Arbeit bezieht sich explizit auf den vom Heereskommando der Bundeswehr herausgegebenen Leitfaden Aufstandsbewältigung und fordert gegen westliche Interessen gerichtete Widerstandsbewegungen möglichst im Keim zu ersticken. Als eines der wirksamsten Instrumente zur Erreichung dieses Ziels bezeichnet der Autor die Enthauptung aufständischer Gruppen durch Ausschaltung von bedeutenden Führern. Wesentliche Erkenntnisse der Studie resultierten aus sogenannten Feldforschungen in Afghanistan. Operationen gegen Partisanen Wie die in Berlin beheimatete Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP, mitteilt, hat sie kürzlich unter Ausschuss der Öffentlichkeit eine Veranstaltung zum Thema Aufstandsbekämpfung in den Ländern des globalen Südens, Counter-Insurgency, durchgeführt. Robin Schröder, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, präsentierte bei dieser Gelegenheit seine im Auftrag des Bundesverteidigungsministeriums angefertigte Studie zu diesem Thema. Zu den Vortragenden zählte außerdem der Direktor des ISPK, Joachim Krause, der Militärpolitiker Winfried Nachtwey, Bündnis 90 Die Grünen, sowie Brigadegeneral Andreas Helmut Hannemann, Kommandeur der Luftlandebrigade 26 der Bundeswehr. Laut Autor Schröder ist die Studie wesentlich auf die Initiative Hannemanns zurückzuführen. Dessen auch als Saarlandbrigade bekannte Einheit waren in Militäraktionen gegen Aufständische in Afghanistan beteiligt und hat immer wieder durch positive Bezüge auf NS-Traditionen von sich reden gemacht. Das Motto der Saarlandbrigade lautet einsatzbereit jederzeit weltweit. Einer Selbstdarstellung zufolge ist die Truppe auf Operationen gegen irreguläre Kräfte spezialisiert und bekämpft Terroristen und Partisanen. Unbequeme Lehren Explizite Grundlage der Counter-Insurgency-Studie des ISPK ist denn auch der vom Heereskommando der Bundeswehr herausgegebene Leitfaden Aufstandsbewältigung. Zentrale Definitionen werden direkt aus den darin zu findenden Handlungsempfehlungen für Truppenführer übernommen. Als Aufstand oder Insurgency gilt demnach eine organisierte Widerstandsbewegung, die meist durch koordinierten und fortwährenden Einsatz von Gewaltakten und politischer Agitation versucht, die staatliche Autorität zum Scheitern zu bringen und langfristig ihre politischen Ziele und Ordnungsvorstellungen zu realisieren. Aufstandsbekämpfung bezeichnet der Studie zufolge die Gesamtheit aller zivilen und militärischen Maßnahmen, um mittelbar oder unmittelbar gegen die staatliche Ordnung gerichtete Subversion und Gewalt zu beseitigen. Wie der Autor weiter ausführt, müssten vor diesem Hintergrund einige unbequeme Lehren aus dem Kriegseinsatz in Afghanistan gezogen werden. So habe die politisch verordnete Zurückhaltung in Bezug auf Counter-Insurgency-Aktionen dafür gesorgt, dass die Aufständischen buchstäblich vor den Augen deutscher Kräfte große Teile der Provinz Kunduz unter ihre Kontrolle bringen konnten. Während stattdessen frühzeitig entschlossene Gegenmaßnahmen erfolgt, hätte der sich entwickelnde Aufstand im besten Falle im Keim erstickt werden können. Abschreckung durch Bestrafung Gleichzeitig lässt die Studie keinerlei Zweifel darüber aufkommen, wie die besagten Gegenmaßnahmen auszusehen haben. Eins der wirksamsten Instrumente zur Bekämpfung eines Aufstandes bestehe in der Enthauptung von Widerstandsgruppen. Decapitation Durch die Ausschaltung von bedeutenden Führern heißt es. Entsprechende Aktionen der westlichen Interventionstruppen seien dabei in die Strategie der Abstreckung durch Bestrafung, Deterrence by Punishment einzubetten. Durch permanente Repression müsste das alltägliche Risiko für die Aufständischen selbst so erhöht werden, dass es für potenzielle Rekruten definitiv keinen Sicherheitsgewinn bringt, sich der Insurgency anzuschließen. Insbesondere potenzielle oder auch tatsächliche Unterstützer einer Aufstandsbewegung, die nicht fanatisch sind und ihr Handel nach Kosten und Nutzen abwägen, könnten auf diese Weise in ihrem Verhalten beeinflusst werden. Voraussetzung hierfür sei allerdings die Errichtung eines möglichst lückenlosen Überwachungsregimes, erklärt der Autor. Biometrische Datenerfassung, Meldepflicht, regelmäßige Kontrollen und die Registrierung der Bevölkerung durch einen Zensus hätten sich bereits als überaus effektive Counter-Insurgency-Maßnahmen erwiesen. Shape, Clear, Hold, Build Scharf wendet sich der Verfasser der Studie gegen die Vorstellung, die Bevölkerung eines fragilen Staates könne durch Entwicklungshilfe für die westlichen Interventionstruppen und mit diesen kollaborierende Regierungen gewonnen werden. Die international weit verbreitete Annahme, dass Stabilität nur durch die sich gegenseitig stärkende Wechselwirkung von Sicherheit und Entwicklung entstehen kann, wurde in Afghanistan wie auch in anderen Fällen klar widerlegt. Folgerichtig bekennt sich der Autor denn auch zu einem Counter-Insurgency-Phasen-Modell, das in der Terminologie der NATO mit den Begriffen Shape, Clear, Hold und Build umrissen wird. Danach müssen zunächst günstige Rahmenbedingungen für die in einem Aufstandsgebiet operierenden ausländischen Truppen geschaffen werden, etwa durch die Beseitigung von Minen und Sprengfallen oder auch durch gezielte Kommandooperationen gegen Führungspersonen der Aufständischen, Shape. Im Anschluss sieht das Konzept die Säuberung des jeweiligen strategischen Raums von Widerstandsgruppen vor, mittels Durchführung von offensiven Operationen, Clear. In der Hold-Phase schließlich sind Interventionstruppen und einheimische Kollaboratoren gehalten, ihre Präsenz durch bauliche Maßnahmen wie die Anlage von Stützpunkten und Checkpoints zu festigen. Erst im letzten Schritt, Bild, ist demnach an die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser, medizinischer Versorgung oder schulischer Bildung für die Bevölkerung zu denken, als Belohnung für politisches Wohlverhalten. Straßenbau fürs Militär In diesem Sinne hat der Autor der Counter-Insurgency-Studie dann auch Verwendungen für die Institutionen der klassischen Entwicklungspolitik, wie etwa die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. So könnten Quick Impact Projects, die die Agentur im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, in Nordafghanistan durchführte, durchaus eine gewisse Akzeptanz für die Präsenz von Sicherheitskräften schaffen, heißt es. Auch sei es sehr wichtig, dass ruhige Landesteile von Entwicklungsprojekten profitieren und wirtschaftliche Zentren gestärkt werden. Nur so kann ein für die Funktionsfähigkeit des Staates notwendiges Mindestmaß an Steuereinnahmen generiert werden. Darüber hinaus sollen sichere Räume bewusst gefördert werden, um der Bevölkerung zu demonstrieren, dass friedliches Verhalten einen Mehrwert hat. In den Aufstandsgebieten hingegen müsse die Verbesserung der Hauptverkehrsinfrastruktur durch befestigte Straßen und Brücken favorisiert werden, den Aktionsradius der Interventionstruppen zu erweitern. Durch die schnellere und sichere Bewegung von Kräften im Raum wird sowohl deren Präsenz in der Fläche als auch der Reaktionszeit erhöht. Ressortübergreifend Grundsätzlich betrachtet der Verfasser der Counter-Insurgency-Studie die Aufstandsbekämpfung gemäß der Doktrinen der vernetzten Sicherheit als ressortübergreifende Aufgabe. Unter der politischen Führung des Auswärtigen Amts soll seiner Ansicht nach das Bundesverteidigungsministerium für die Gewaltoperationen gegen Widerstandsbewegungen zuständig sein. Während das BMZ für zivil-militärische Entwicklungsprojekte verantwortlich zeichnet und das Bundesinnenministerium den Polizeiaufbau in den Interventionsgebieten anleitet. Als positiv wird in diesem Zusammenhang die Verabschiedung interministrieller Leitlinien für eine kohärente Politik gegenüber fragilen Staaten vermerkt und gleichzeitig eine vermeintliche Kernproblematik identifiziert. Die ressortübergreifende Zusammenarbeit findet in einem strategischen Vakuum statt und verliert dadurch im Einsatzland einen großen Teil ihrer Wirkung. Die Schöpfung der der Schöpfung im Zweigen Die Schöpfung Untertitelung des ZDF, 2020